Hallo! In diesem Video zeigen wir dir, was du tun kannst, wenn der Ein-Aus-Knopf gelb leuchtet. Nach ca. 300 Tassen Kaffee leuchtet der Ein-Aus-Knopf gelb, um anzuzeigen, dass es Zeit zum Entkalken der Maschine ist. Wir empfehlen, die Maschine dann zu entkalken. Schau dir dazu unser Video, so entkalkst du deine Oblo-Maschine an. Falls deiner Meinung nach kein Entkalken erforderlich ist, schalte die Maschine aus. Dann den Ein-Aus-Knopf mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis er gelb blinkt. Den Ein-Aus-Knopf erneut drücken, um die Maschine wieder auszuschalten. Wenn du deine Oblo-Maschine das nächste Mal einschaltest, leuchtet der Ein-Aus-Knopf wieder grün. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wir wünschen dir viel Spaß mit deiner Oblo!